Jetzt seht ihr die massive Leuchtkraft dieses Leuchtsteins. Willkommen zurück, meine Nerds und Nerderien. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass Christkind oder der Weihnachtsmann, je nachdem, was euch besser gefällt, war nett zu euch und hat euch das eine oder andere mitgebracht, was ihr haben wolltet. Ich muss sagen, bei uns war es eigentlich recht ordentlich. Ja, war gut, hat Spaß gemacht und leider ist es ja wieder vorbei. Aber wir haben noch Silvester vor uns. Und auf jeden Fall, egal, was ich sagen wollte, wir haben am 25.12. einen Weihnachtsstream. Der eine oder andere von euch hat ihn vermutlich gesehen, der ihn nicht gesehen hat. Ich verlinke euch das unten. Das ist ja das Praktische im Internet, meine Freunde. Ihr müsst nicht immer live anwesend sein, um nichts zu verpassen. Das ist recht cool. On Demand quasi. Und wir hatten ein paar tolle Freunde da. Es war eine tolle Zeit. Es war sehr, sehr angenehm. Ich hatte das coolste Weihnachtsschert aller Zeiten. Das hier. Und wir haben ein Weihnachtsset gebaut. Das heißt, wir im Sinne von Sarah und ich. Und das Set möchte ich euch heute gern zeigen. Es ist das hier. Manche Witze altern echt schlecht. Aber nein. Ihr kennt meine Videos. In dem Fall ist das natürlich der Teile-Trenner. Ein neuer. Ich hatte noch keinen von diesen Delfinen. Auch cool. Es handelt sich natürlich um das Set. Wie gesagt, ihr seht das hier in der Videobeschreibung. Aber ich zeige es euch mal. Rum. Es ist Christmas in Town. Von der Firma Reoprix. Die Nummer 66003. 1200 und ein Teil. Nicht 1200. Es sind 1200 und ein Teil. Vermutlich der Teile-Trenner. Und der Preis von dem Set waren 60 Euro. Danke nochmal an der Stelle an Markus von Die Klemme. Beziehungsweise an Die Klemme. Das Ding wurde bestellt am Sonntag und am Dienstag war es da. Ich hatte schon Panik, dass ich kein Weihnachtsset mehr bekomme für unseren Weihnachtsstream. Die Lieferzeit und alles war super. Und danke nochmal dafür. Und ja. Die Schachtel hat hier vorne einen kleinen Riss. Seht man das? Aber naja. Egal. Wie sagt eine gewisse deutsche Firma immer so schön, ist ja in der Umverpackung. So. Ihr seht hier auf der Vorderseite, das seht ihr das Set. Das ist eine wunderschöne Kirche. Es gibt ein Weihnachtslandschaftszeug. Es gibt einen Zug. Der Drehteller kann sich so drehen. Da ist quasi so der Hebel dazu. Alles gut. Der Baum bewegt sich auch. Es gibt einen Lightbrick. Dazu gleich näheres. Auf der Seite rot. Auf der Seite nochmal Merry Christmas. Ein paar Action Shots. Ihr kennt das von den Verpackungen. Hier ist der Tragegriff auch praktisch. Ich mag ja Tragegriffschachteln quasi. Hier gibt es noch die Oberseite. Ein bisschen blau. Da ist nochmal der Lightbrick. Nein, falschrum. Der Lightbrick. Hier steht nochmal, was das für ein Set ist und so. Und auf der Unterseite, ihr kennt das auch. Der Importeurstrichcode. Und so weiter. Naja. Okay. Ich stelle das wieder dahin. Oh Mann. So. Sieht das gut aus. Kann man so lassen, oder? Verdächtig. Dann war in der Verpackung natürlich eine Anleitung. Erstens. Leider hat die unten ein bisschen was abgekriegt. Aber naja. Ist nicht ganz so schlimm. Die Anleitung. Was gibt es denn an der Anleitung zu sagen? Das Papier ist klassisches Anleitungspapier. Also ihr kennt das. Grifffest. Fühlt sich gut an. Das Set ist... Ach ja. Es gibt auch noch einen riesen Stickerbogen. Ja. Hätte man die drei Teile noch bedrucken können. Ja. Sind die Sticker unbedingt wichtig? Nein. Gut. Was halt zu sagen. Das Set ist aufgeteilt in drei Bauschritte. Was interessant ist, in der Verpackung sind Tüten mit den Zahlen 1, 2, 3 und 4. Also vier Bauschritte. Die vierte Tüte kann man gleich mal von vorn weg aufreißen und probieren, die Teile zu den anderen drei Bauschritten irgendwie hinzuzufügen. Weil es fehlen immer wieder zwischendrin so ein paar Teile, die dann aber in der vierten Tüte auftauchen. Ja. Warum auch immer. Und hier haben wir noch eine kurze Anleitung dafür, wie das zum Messen geht mit Achsen und Technikstangen und so. Finde ich eigentlich recht cool. Ist dann immer wieder eine Anleitung drin. Gefällt mir immer wieder gut, wenn man quasi irgendwo was aufflegen kann. Ich schaue gerade, ob ich sowas finde auf die Schnelle. Ja, hier unten ist zum Beispiel einer in Weiß. Ich mag das. Zum Thema Anleitung. Ich suche mal was raus von ein bisschen später. Alles, was zu dem Zeitpunkt gebaut wird, ist rot umrandet. Der Rest nicht ausgegraut. Aber man erkennt trotzdem, was man bauen muss. Sieht man? Rot umrandet. Das sind die Teile. Schön. Und da teilt ist es in, wie gesagt, drei Bauabschnitte. Wir haben insgesamt 120 Seiten. Davon haben wir... C89 ist quasi der letzte richtige Bauschritt. Also es werden zum Schluss die Zugteile gebaut. Genau. Das ist eben A für die Tüte 1, B für Tüte 2 und C für Tüte 3. Logisch. Es gibt keine Teileliste hinten. Finde ich schade. Ihr kennt mich ja. Ich liebe Teilelisten. Warum auch immer. Ein Drama meiner Kindheit. Ihr kennt das. Und ja, mir ist aufgefallen, dass ich oft sage, ihr kennt das. Aber ihr kennt das. Also die Anleitung an und für sich ist natürlich gebunden. Gute Anleitung. Kann man nicht viel falsch machen. Die Farbtreue in der Anleitung ist auch voll okay. Ja. Genau. Das war die Anleitung. Und dann wäre es ja langweilig, wenn ich noch ein Set in der Schachtel gewesen wäre. Und in dem Fall... Das hier. So. Das ist das gute Stück. Wie ich schon früh erwähnt, wir haben die Harry Potter Gedächtniskirche wegen dem Blitz. Wir haben... Schnee. Wir haben Hügel. Hügel. Wir haben Zug. Und wir haben den Drehteller. Und wir haben den Lightbrick. So. Wir fangen mit dem Lightbrick an. Ganz einfach. Der Lightbrick ist normalerweise... Hier hinten seht ihr so ein braunes Fenster. Da drin ist nochmal der Griff für den Lightbrick. Warum der Lightbrick da jetzt nicht mehr drin ist, erkläre ich euch. Das ist der Lightbrick, der in dem Set dabei ist. Okay. Den Lightbrick kann man einschalten, indem man quasi die obere Seite, also die Noppenseite, verdreht. Und ihr seht, wie einfach das funktioniert. So. Leuchtet. Schön. Um das natürlich eleganter zu lösen, kloppt man oben nochmal einen Roundbrick drauf. Mit einem Pin und einer Bar. Also quasi so. Dann hat man einen Schalter. Ein. Aus. Schön. Wo ist jetzt das Problem, werdet ihr euch fragen. Das Problem ist folgendes. Der Lightbrick ist da drin in dem Haus. Innen drin. Irgendwo in der Mitte. Wir haben kein modulares Dach. Das heißt, wir müssen durch die Fenster nach innen greifen, um den Lightbrick einzuschalten. Jetzt ratet mal, was passiert, wenn ein Lightbrick aufgenobbt ist und man versucht, den mit Gewalt seitlich zu verschieben. Genau. Ihr habt das erfasst. Ich zeige es euch. Ich habe ihn jetzt mal hier aufgepinnt. Wenn ich jetzt quasi so mache. Logisch, oder? Seitliche Kräfte wirken nicht gut. Sieht ihr? Zack. Kann man nicht einschalten. So. Jetzt müsste man quasi irgendwie den Lightbrick innen so festhalten, während man gleichzeitig dreht. Geht aber nicht, wenn man da hinten nicht reinkommt, weil das... Loch. Egal. Das Fenster hier hinten, zu klein ist, dass man quasi mit der ganzen Hand drin rumfuhr wirkt. Ja. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den rauszunehmen. Erstens, weil ich ihn sowieso nicht verwende. Und zweitens, die Leuchtkraft von dem Ding ist unendlich... Ja. Unendlich. Ja. Zeige ich euch. Ich sage nur unendlich. Ich öffne jetzt mal dieses Fenster da hinten. Ach ja. An dieser Stelle, falls irgendjemand eine Ahnung haben sollte, welche Steine Reoprix verwendet. Wir haben da ein bisschen drüber diskutiert und irgendwie weiß keiner so wirklich die Antwort. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Die Steine waren qualitativ wirklich, wirklich gut. Die Fliesen waren kaum, wirklich kaum zerkratzt. Keine matten Fliesen. Die glänzen alle schön. Ein paar Mikrokratzer hier und da. Aber nichts wirklich Extremes. Die Fenster fühlen sich nicht an wie ein Baufenster, weil die klappen nicht automatisch auf und zu. Ihr kennt das. Es fühlt sich nicht an wie Wange. Es fühlt sich auch nicht an wie Lele Steine. Also wie gesagt, wenn ihr irgendeinen blassen Schimmer habt, schreibt mir das bitte. So. Jetzt seht ihr die massive Leuchtkraft dieses Leuchtsteins. Ich weiß nicht, ob es auch aufgefallen ist, aber es ist hier. Moment. Hier. Cool, ne? Super Feature. Deswegen bleibt er weg. Egal. Das nächste. Was kann man noch zeigen? Wir haben einen klassischen Oldschool-Baum. Ich stehe hier auf die Dinger, die sehen lustig aus. Wir haben einen Zug auf einem Drehteller. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber zuerst zeige ich euch noch was. Zum Thema Modular. Ich habe ja gesagt, es ist kein modulares Ding. Sie haben sich dazu entschieden, dass man das Dach so abnehmen kann. Das Problem ist nur, es ist komplett hirnrissig, weil der Dachbereich, ist zu. Ah ja, die Züge. Zeige ich euch auch gleich, was da los ist. Der Dachbereich ist zu und man kann jetzt nicht hergehen und einfach sagen, ah, ist ja alles kein Problem. Ich nehme das Dach jetzt einfach ab. Nein, das ist alles fix verbunden. Auch der Turm ist fix verbunden. Kein modulares Gebäude, wie gesagt. Die Idee mit dem Dach, mit dem sie draufklicken und so, ist eigentlich recht nett. Sieht auch knuffig aus. Dann, der Baum hier. Da drin hätte ich mir ein Lightbrick gewünscht. Mega cool, ne? Ist transparent, also grün transparent. Trans green. Halleluja. Zu viel Kekse, meine Freunde. Und ja, der Baum kann sich auch bewegen. Der höhere Sinn hinter dieser ganzen Drehtellerbaum-Bewegungsgeschichte erschließt sich mir nicht ganz, weil ich habe das Ding jetzt schon zweimal auseinandergenommen. Mir wurde mitgeteilt, es soll da wohl irgendwo einen Baufehler geben in der Anleitung. Dieser Baufehler in der Anleitung wurde aber tatsächlicherweise überarbeitet. Ich schaue mal. Genau, da ist es. A89 ist nämlich überklebt. Sieht man das? Genau. Das heißt, der Baufehler wurde überarbeitet für den Drehteller. Aber bei mir dreht sich das Zeug überhaupt nicht. Also man denkt beim Drehen so, jetzt habe ich gleich 20 Steine in der Hand. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir die Kurbel. Sagen wir mal so. Kinderhände können dieses Rad nicht drehen. Und Banken hassen dieses Geheimnis. Ähm, ja. Das war die eine Richtung. Die andere Richtung. Ja, ihr seht, das ist wahnsinnig spannend. Normalerweise sollte das Ganze so funktionieren. Man dreht das. Der Zug dreht sich im Kreis. Und gleichzeitig hebt es den Baum leicht nach oben. So. Ihr merkt, was passiert. Es fängt dann zu ruckeln. Es fängt dann zu rattern. Und naja. Sagen wir mal so. Ich möchte nicht dabei sein, wenn alle Zahnräder plötzlich... Wir sind gestern zwei Zahnräder rausgeflogen. Die habe ich heute wieder reingesteckt. Aber so wirklich geil ist das nicht, ne? Genau. Und die Geschichte mit dem Baum. Ihr seht, der Baum hebt sich langsam so ein bisschen an. Ich habe keine Ahnung, wo man das sieht. Ja. Und dann passiert sowas. So. Ihr merkt das, ne? Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo nichts mehr geht. Der Baum ist ein bisschen in der Luft. Der kann sich so ein bisschen hochheben. Da hinten haben wir so ein Zahnrad. Ich zeige euch das mal. Nichts anhauen hier. Hier hinten. Dieser Stab, der jetzt in der Luft hängt. Der rastet da unten rein. Dann dreht sich das. Und wenn man das dreht, hebt es den Baum nach oben durch diese Schnecken. Oder hier jetzt, ne? Siehst du? Da dreht sich's. Ja. Naja. Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, der eigentliche Plan von der Geschichte war, dass der Zug fährt und der Baum gleichzeitig Lowrider-mäßig durch die Gegend springt. Naja. Naja. Egal. Für ein Display-Set egal. Funktionstechnisch. Schade drum. Ich hätte mir mehr gewünscht. Aber ist halt so, wie es ist, ne? Also wir haben unter dem Drehteller tonnenweise Zahnräder, die ineinander greifen. Ich schaue nochmal, ob ich das finde für euch. Also wir haben hier quasi Achsen, die komplett, Moment, komplett durchgehen und dann hier, wo die schwarze und die beigen Zahnräder sind und so, da ist dann quasi der Hauptantrieb von dem Drehteller. Und auf der Rückseite sieht man auch die rote Kurbel, also oben quasi, ne? Und ja. Das ist über 20 Achsen und Zahnräder verbunden und eigentlich hätte ich mir ein bisschen was Spannendes erwartet, aber es ist, wie es ist. Meine Freunde. Was ich auch schade finde, beleuchtungstechnisch, der eine Lightbrick da oben ist komplett für den Hugo. Entweder gleich weglassen, meine Freunde von Rio Bricks. Oder schlauer wäre es gewesen, Beleuchtungsset so mitzubauen, dass man da drin in der Kirche ein cooles Beleuchtungsset hat, was die Kirche halbwegs brauchbar ausleuchtet. Zusätzlich vielleicht innen im Tunnel so einen kleinen Scheinwerfer, oben der so ein bisschen den Tunnel ausstrahlt, weil ihr seht ja, es ist ja alles komplett hohl hier hinten. Also hier oben drin wäre irgendwie cool gewesen, ein bisschen Licht. Und auf der Vorderseite haben wir diese Rot-Blau-Geschichten. Und da oben auf dem Dach das bunte Zeug. Auch das wäre problemlos mit LEDs quasi zu verarbeiten gewesen. Wissen wir ja. Und wie gesagt, der hier prädestiniert dafür, dass er leuchtet, wenn er schon halb transparent ist. Aber naja, wie gesagt, sie haben sich dann so entschieden, einen Lightbrick reinzugeben, den man nicht mal betätigen kann, ohne dass das Ding in der Kirche einfach... Puh, naja. Naja. Schade. Schade, schade, meine Freunde. Was gibt es sonst zu sagen? Wie gesagt, die Steinequalität an und für sich hat mich sehr überrascht, weil wir wissen eben nicht, welche Steine das sind. Die Steine waren gut zu bauen. Es klickt, es haltet. Alles schön. Es haltet, es hält. Ihr wisst, was ich meine. Alles schön. Wie gesagt, keine groben Kratzer. Scheiben sind keine dabei. Aber von den Fliesen her, top. Wie gesagt, die Qualität super. Das Zahnrähtgedunste funktioniert, wenn man den Drehteiler runternimmt, auch problemlos. Läuft butterweich. Sobald das Ganze drauf ist, ja, keine Ahnung. Sollte irgendwer eine Idee dafür haben, sagt mir das auch. Wie gesagt, dieser Baufehler, der einigen bekannt ist, was mir auch im Stream mitgeteilt wurde, ist behoben worden. Aber, ja, läuft trotzdem nicht wirklich, ne? Ähm, ja. Wird vermutlich nicht mein letztes Reoprix-Set sein, weil ich bin gespannt, was bei Reoprix, bei den anderen Sätzen noch so rumkommt. An Qualität. Und dann Bauspaß. Wir hatten Spaß. Und, ja, keine Ahnung. Viel mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Für den Preis ist es okay. Ihr müsst mal schauen. Ihr findet das Ding immer wieder mal ein bisschen günstiger. Ähm, boah. Ich bin semi-begeistert. Ich bin begeistert von der Optik. Finde ich echt nett für so ein Weihnachts-Diorama. Bautechnisch war es auch wirklich, wirklich cool. Hat Spaß gemacht. Aber, ja. An dieser Stelle, wie immer, meine Freunde, oder an dieser Stelle, wenn euch gefällt, was ich mache, ihr wisst, was zu tun ist. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Glocke aktivieren, klingelingeling, Glöcklein, klingelingeling und so. Ist ja Weihnachten. Oder war. und ihr findet mich auf den Social Plattformen, ihr kennt das Instagram, YouTube Facebook und anderes Zeug und meine Webseite ist online, habe ich auch schon mal erwähnt ist auch unten wieder verlinkt, collecteval.com eine kleine nette Zusammenfassung von dem, was wir so treiben eine kleine schöne Zusammenfassung von was verkaufe ich es ist der Ebay Shop verlinkt also von meinem Zeug, was ich immer wieder hergebe wenn ich es nicht mehr brauche der Spreadshirt Shop also quasi der Merch Shop ist verlinkt, auch ziemlich cool integriert, da kriegt ihr so Sachen wie jetzt kommt es wieder das hier und Merch von der Sarah und Merch von mir und überhaupt und ja das war es für heute, danke fürs Zusehen meine Freunde, ich wünsche euch noch eine schöne Nachweihnachtszeit, jetzt kommt bald Silvester, es kommt einiges cooles auf euch zu, lasst euch überraschen und bis zum nächsten Mal cheerio meine Freunde und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal dann